Bei K++ läuft es auch nicht so richtig rund, nachdem die Übernahmefantasie raus ist. Ja, genau. Und dann kam jetzt noch mit den Zahlen auch eine Einengung des Zielkorridors für 2015 auf 4,3 bis 4,5 Milliarden beim Umsatz. Das lag jeweils zuvor 50 Millionen Euro höher. Und beim EBIT peilt man jetzt 780 bis 830 Millionen Euro an. Da lag vorher die Prognose, betrug vorher die Prognose 860 Millionen. Unabhängig des ganzen Fundamentalen, dieser ganzen fundamentalen News, die Aktie ist für uns günstig bewertet. Sehr risikoreiche Anleger, die wirklich so einen sportlichen Ansatz auch verfolgen, können jetzt probieren, hier vielleicht nochmal reinzukommen. Das Chance-Risiko-Verhältnis sieht eigentlich ganz gut aus. Wenn die Aktie durchbricht, könnte sie nochmal durchsacken. Ja, weil das ist hier eine relativ starke Unterstützung. Wenn es da drunter geht, könnten wir nochmal vielleicht tatsächlich nochmal 10 Prozent nach unten drauf packen. Aber wie gesagt, wenn ich nicht unten dabei bin, dann fällt es mir schwer, diese Aufwärtsbewegung mitzunehmen. Fundamental ist sie günstig bewertet. K plus S aus unserer Sicht. Man kann einen Trade wagen, sollte einen engen Stopp einziehen und sich dann, wenn es halt gegen einen läuft, auch wieder aus der Position verabschieden. Das ist nur ein Zock. Der Chef Steiner hat ja gesagt, wir sind uns bewusst, wir müssen jetzt liefern. Also gut, kann man auch mal sagen. Dankeschön Martin Weiß für den Besuch hier bei uns im Studio. Liebe Zuschauer, so heute unser Blick auf den Freitag. Bis später. Wir sehen uns beim nächsten Mal.